Wer diese Blu-ray zu Hause gucken will, sagt vorher besser den Nachbarn Bescheid. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Es ist wieder Zeit für den Blu-ray-Test, diesmal von dem Konzertfilm Metallica Through the Never in 3D. Und es ist ja eigentlich bloß ein Konzertfilm, in dem Metallica ein Konzert spielt, aber gleichzeitig im Film integriert, ist die Geschichte von einem Crewmitglied Trip und der soll eigentlich nur ein bisschen was besorgen gehen und aus diesem Trip nach draußen wird plötzlich eine Apokalypse, die er versucht zu verhindern und währenddessen spielt Metallica aber drinnen ihr Konzert weiter. Das wird immer wieder so in sich selber irgendwie verknüpft und geschnitten. Dabei ist das Allerwichtigste eigentlich, dass es die größte Metallica-Show ever war und so eine große Bühne noch nie gebaut worden ist in einer Halle. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Ich warte schon mein ganzes Leben auf diesen einen Moment. In dem alles auf einmal einen Sinn ergibt. Ein neuer Abend, eine neue Show. Ich mach, was sie mir sagen. Ich fahr dahin, wo sie mich hinschicken. Aber wenn der Moment kommt, der alles verändert, bist du nicht vorbereitet. Ich muss sie mir machen. Die ganze Welt ist hübschicken. Das war's. Wie immer schaue ich mir vorher Bild und Ton an und dabei ist mir das Bild eigentlich ja immer am wichtigsten bei einem Konzertfilm. Wenn wir jetzt auch noch über Metallica sprechen, da ist natürlich der Sound erstmal das allerwichtigste und der ist auf jeden Fall satt geworden. Ich habe dann auch mal aufgedreht, ich gebe es zu, ich habe sie abends geguckt und hatte ein bisschen Angst, was werden die Nachbarn sagen? Sie hätten auf jeden Fall das Recht gehabt, sich zu beschweren. Der Bass ist satt und auch die anderen Töne funktionieren gut. Gerade dieses abgemischte Konzert, gleichzeitig verknüpft mit dem Film, ist auch von der Tonalität, von der Lautstärke, von der Dynamik auf jeden Fall ordentlich geworden. Jedenfalls auf meiner Anlage. Und auch das Bild ist eigentlich sehr sauber, sehr klar. Könnte an manchen Stellen noch von den Farben ein bisschen detaillierter sein. Da kann man auf jeden Fall noch Kontrast draufhauen. Ist Meckern auf hohem Niveau. Der 3D-Effekt ist ein bisschen zweifelhaft. Ich bin jetzt kein großer Freund von 3D bei Konzertfilmen. Gerade hier haben wir ja diese Story, die drumherum geworben wird, ist gar nicht so intensiv. Den 3D-Effekt braucht man nicht, kann man aber auch ausstellen, stört aber auch jetzt nicht irgendwie. Deswegen ist das für mich so ein Punkt, der ist mir egal. Technisch gesehen bekommt es von mir aber eine 8 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir zum Inhalt, beziehungsweise zu den Extras. Und da ziehe ich echt meinen Hut. Man hat sich Mühe gegeben. Ich bin erst durchs Menü gegangen und dachte, okay, deutscher Trailer, internationaler Trailer, gehen. Es gibt aber eine 75 Minuten lange Doku über diese Show, wie die die Bühnen gebaut haben, wie die Ideen entstanden sind, auch mit diesen Tesla-Spulen. Da gibt es so viele unfassbar coole Hintergrunddetails. Das ist für jeden Fan ein absoluter Segen zu erfahren. Wie ist man auf die Ideen gekommen? Wie hat man das umgesetzt? Wie oft wurde das eigentlich geprobt und was steckt dahinter? Muss ich wirklich sagen, gibt es seltener auf Blu-Rays, dass man sich so eine Mühe gibt. Das ist wirklich top. Es gibt auch noch ein kleines Making-of und noch so ein paar extra kleinen Kram. Das ist ganz nett. Ich muss aber sagen, noch eine zusätzliche, in sich geschlossene Dokumentation zu bekommen, gibt es seltener. Das gibt es von mir auf jeden Fall. Hut ab. Man könnte bei den restlichen Extras noch gerne einen drauflegen. Kriegt von mir aber insgesamt 9 von 10 Punkte für diese Extras. Und damit sind wir bei 8,5. Also kommen wir immer 9 Punkte für die Ausstattung und für die Technik dieser Blu-Rays. Das ist mehr als ordentlich und wird die Fans auf jeden Fall zufriedenstellen. Wer jetzt noch einmal wissen will, wie der Film eigentlich war, habe ich euch die Review, die ich im Herbst gemacht habe, hier unten verlinkt. Da geht es dann um den Inhalt. Schaut doch gerne da mal vorbei. Wer jetzt aber sagt, ich möchte auf jeden Fall ins Kino gehen, schön, dass du mir die Blu-Rays vorgestellt hast. Aber hier gibt es ins Kino, hier gibt es eine Review von einem Kinofilm. Und wir sehen uns einfach wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.